Ja, servus und hallo zusammen, willkommen zurück, liebe Freunde des Motorsportmanagers. Wir sind in Italien, wir sind in Mailand und wir haben die Startreihe 1 in Gelb. Jawohl, die Postautos, sie stehen auf 1 und 2. Olga Makarova und Enrika Lara teilen sich Reihe 1. Ja, ein toller Auftakt hier nach dem Patch. Allerdings, fürs Qualifyen gibt es keine Punkte, fürs Training auch nicht, sondern die Punkte, die gibt es hier und heute hoffentlich in ausreichender Zahl. Für uns natürlich, wenn es irgendwie geht. Ja, wir haben 600.000 von unserem Sponsor bereits von Depol bekommen. Für einen Rennsieg gibt es weitere 600.000. Nicht, dass wir es brauchen würden, aber man nimmt es natürlich gerne mit. So, wir haben alles eingestellt. Auf geht's. Startreihe 1, jawohl, haben wir schon gesehen. Und der Tanz beginnt, liebe Freunde. So, weg mit dem Blödsinn hier, jawohl. Die Lampen gehen aus und Lara startet super und Makarova hat gleich mal gepennt, aber auch Strambi ist sehr gut weggekommen. Strambi dran an Enrika Lara. Ich bleibe bei der Makarova drauf. Die gerät unter Druck. Surikov greift an. Ganz schlechter Start für uns. Ganz schlecht. Panther ist vorbei. Was passiert hier? Was zur Hölle? Olga Makarova, wo ist die Form hin? Wo ist die Form hin? Miserabler Start von Olga Makarova. Aber sie ist gut, ne? Sie ist eine Kämpferin, das wissen wir. Sie kann sich zurückkämpfen. Liponen ist schon dran. Liponen ist an Lara, an Lachaschang, sage ich schon, an Makarova dran. Lara ist 3,4 vor Strambi. Das ist ebenfalls eine Neuerung mit dem Patch offenbar jetzt. Dass man hier den Abstand hier neu sieht. Genau, das haben sie verändert von der Anzeige her. Das haben sie verändert. Und Makarova, Angriff auf Zeng. Quetscht sich vorbei. Jawohl, auf der 4. Und jagt jetzt Surikov hinterher. Meister Surikov im Rossini. Und die Lara ist weiter in Führung. Lara ist weiter in Führung. Jetzt müssen wir bloß langsam mit dem Spritterwengen aufpassen, glaube ich. Ja, du kommst schon vorbei, Makarova. Du kommst vorbei an Surikov. Jetzt auf Start und Ziel innen. Jawohl, durchziehen. Und auf der 3 angekommen. 19 Runden noch. Schnellste Runde, Trika Lara. 1,04, Punkt 3. Sie ist nach wie vor vor Strambi. Und die Makarova dreht jetzt auf. Die dreht jetzt auf. Vorsprung von Strambi. 9 Zehntel. Makarova, beste Sektorzeit 1 in diesem Moment. Und hier wird komplett geprügelt. Das gesamte Feld prügelt. Merkt man schon. Die geben alle Gaslipponen jetzt hinter Surikov. Zoe Sharp nur auf der 8. Zoe Sharp nur auf der 8. Und Makarova ist dran. Sie ist dran. Und sie ist vorbei. Jawohl. So ist recht. Und sie lässt ihn stehen. Sie lässt ihn stehen wie ein Einkaufswagen, den Strambi. Sehr gut. So, wir müssen mal ein bisschen rausnehmen. Die Konkurrenz nimmt auch ein bisschen raus. Wir müssen ein bisschen rausnehmen. Wir müssen an die Teile denken. Die Lara lasse ich jetzt prügeln. Weil die hat den Motorenexperten aktiv. Die kann jetzt natürlich schön den Sprit verballern. Das soll sie auch ruhig machen. So, beziehungsweise wisst ihr was? Wir nehmen jetzt auch beim Reifen ein bisschen raus. Ja, der muss sich ein bisschen abkühlen. Wir haben ganz schön geklotzt mit unserem Pneus. Deswegen ein bisschen konsolidieren. Enrico Lara. 2,2 Sekunden Vorsprung auf Makarova. 2,3. Die brennt jetzt natürlich. Und Makarova hat knapp eine Sekunde vor Strambi. Liponen ist auch schon vorbei. Ansurikow lasen nur auf der 10. Und Panther ganz schwache Vorstellung bis jetzt. Ganz schwach. Bin mal gespannt, ob es eine Stallorder gibt bei Steinmann. Ob die Liponen nach vorne bringen oder nicht. So, dann. Lara prügelt nochmal ihren Reifen. In der Makarova warte ich noch. Die könnte noch drei Runden. Aber die Lara müssen wir jetzt dann wahrscheinlich reinholen. Die Lara müssen wir jetzt dann reinholen. Ja, die zerstört ihren Reifen zu sehr. Klar, ich meine, ich gebe hier auch Vollgas. Darf ich nicht vergessen. Bin ja auch der Quelix. So, jetzt zurückschalten bei Enrico Lara. Eine Runde geben wir ihr noch. Sie ist drei Sekunden vor Makarova. So, da jetzt auf neutral schalten. Und du kommst dann zum Boxen. Holst einen neuen gelben. Tankst voll. Das ist auch neu übrigens. Sehe ich gerade hier. Genau diese Schaltflächen. Die haben sie auch neu gemacht. Hier kann man jetzt Einzelrunden hoch und runter. Man kann im Fünfer Schritt hoch und runter. Oder man kann sagen, mach voll den Eimer. In diesem Fall, mach voll den Eimer. So, Zustandteile sind super. Boxenstrategie 1%. Hier sieht man dann, ah ja. Sieht man dann auch die Leistungsanalyse der einzelnen Mechaniker. Oder 2%. Oder 2%. Ich trau dem Braten einfach nicht. Ganz ehrlich. Was? Batterie aufladen. Es gibt doch gar keine Batterie bei uns. Batterie aufladen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ach, das sind die Burschen, die reparieren, oder? Ah ja. Das ist wahrscheinlich für die... Für die GT-Serie wichtig, ne? Die haben ja dieses ERS. Ja, aber brauchen wir nicht. Komm, wir gehen ja voll aufs Risiko. 2% Freunde. 2%? Da passiert doch nichts. Haha, genau. Was haben wir gelacht? Ich sehe schon gleich, komm mal was passiert. Ich sehe schon, komm mal was passiert. Ja, ja. Das kennen wir alles. So, also Lara geht zum Boxen. Was macht die Konkurrenz? Was macht Strambi? Geht zum Boxen. Was macht Liponen? Ne, das ist Surikow. Liponen ist zurückgefallen. Okay. Liponen fährt noch eine Runde. Surikow geht auch zum Boxen. Ja, dann... Dann würde ich sagen, dann fahrt noch. Dann fahrt doch noch. So. Da. Stellen wir jetzt wieder um. Genau, ich bin bei der Lara fast schon zu konservativ am Schluss mit dem Reifen gewesen. Boxen. Stopp. Sieht gut aus. Auch die Anzeige ist neu. Folgetank. Fehlerfrei. Jawohl. Alles klar. Guter Stopp. Boxen Ranking Platz 1. Möp. Haha. So, und dann. Prügeln natürlich. Hallo. Was ist denn das jetzt? Ich wollte gerade sagen. Verschwinde. Vollmotoren prügeln jetzt. Volles Motoren prügeln. So, da kommt die Makarower. Die muss jetzt in die Box. Auch hier wird geboxt. Auch hier wird vollgemacht der Eimer. Beziehungsweise... Na, Stopp. Wir machen langsamer. Wir tanken nicht so viel. Wir tanken für sieben Runden Sprit rein. Ja, Teile sind super. Auch hier würde ich sagen. Machen wir ruhig den riskanten Stopp. Und dann schinden wir den Reifen bis zum Schluss. So, machen wir es. Box, Box. Ne? Box, Box. Aber hallo. Wir haben sieben Sekunden Vorsprung auf Liponen. Der muss jetzt auch in die Box. Jetzt keine Fehler, Leute. Keine Fehler. Jawohl. Wagenheber. Reifen gut. Nachtanken. Okay, läuft. Und go, go, go. Jawohl. Schöner Stopp. Heather Broad in Führung. Gonzales ebenfalls vorbeigezogen. Floris vorbei. Aber die müssen noch boxen. Gar kein Thema. Da kommt Lara Zisch. Haha. Lara Zischt vorbei. Auf der 5. 2,4 vor Makarova. Na, die Lara macht eine sehr gute Performance, finde ich. Die ist gut unterwegs, aber hallo. Wo ist Panther? Wo ist Panther? Panther ist weit zurückgefallen. So, ich schaue nur auf der 8. Die Konkurrenz im Kampf um die WM. Was macht die denn? Was macht die denn? Ja, bitter. Wie bitter ist das denn? So, da kommen jetzt die ganzen anderen Boxenstoppler da hinten. Und da zieht die Lara vorbei. Ist wieder auf Platz 1. Wir sind auf 1 und 2, Leute. Wir sind auf 1 und 2. Sehr gut. Läuft bei uns. Ja, läuft bei uns. Teile sind gut. Doch, Teile sind gut. Dafür, dass wir bei Lara die ganze Zeit rumprügeln. Aber das ist halt dieser Motorenexperte, ne? Tja. Da merkt man schon, die fährt jetzt der Makarova weg. Die fährt ihr weg. Ja. Aber hallo. So, jetzt müssen wir bloß mit dem Reifen wieder aufpassen. Mit der Reifentemperatur. So, Olga Makarova hat, oh, hat den Strambi hinter sich. Der gibt wahrscheinlich Gas. Ja, genau. So schaut es nämlich aus. Strambi greift an. Der ist im Prügelmodus. Da kommt er auch schon. Der kleine Prügler. Und wir könnten ein bisschen gegenstinken. Ja, äh, ja, doch. Wir müssen sogar ein bisschen gegenstinken, habe ich den Eindruck. Kleines bisschen müssen wir Gas geben. Temperaturen sind bei 19 Grad. Okay. Temperaturen sind bei 19 Grad. Letzte Rundenzeiten. Makarova 1,05. Lara eine halbe Sekunde schneller. Strambi auf Lara Niveau. Okay, der ist aber auch volles Rohr gefahren. Aktuelle Rundenzeiten. Enrica, Lara. 1,04.7. 1,04.7. Und 1,04.9. Okay, Gott. Strambi muss rausnehmen. Ja, der nimmt beim Motor raus. Merkt man. Und schon geht die Tür wieder auf. Zwei Sekunden ist der Vorsprung. Läuft bei uns. Läuft bei uns. So, jetzt muss ich bei Lara aber nochmal volle Lotte fahren. Ja. Jetzt muss ich bei Lara nochmal volle Lotte fahren. Da kann ich jetzt sogar nochmal angreifen. Die soll jetzt nochmal richtig Gas geben. Oder machen wir es so. Zögern wir es noch ein bisschen nach hinten. Wir zögern es noch ein bisschen nach hinten. Die soll den Reifen ruhig zerstören. Der ist kein Problem. Soll er halt heißer sein. Soll er halt heißer sein. Die kann da noch fahren. Die kann noch fahren. Schaut mal die Lücke an. Schaut mal die Lücke an zu Platz 4. Nur Strambi ist dran. Lipponen muss schwer kämpfen. Lipponen muss schwer kämpfen mit Surikow. Na, der hat kein leichtes Leben heute. Der hat Schwierigkeiten. Und wo ist Zoe Sharp? Auf der 14. Keine Punkte momentan. Das ist ja bitter. Okay, Enrica, Lara. Pass auf. Wir holen dich zum Boxen. Letzter Stopp, Enrica, Lara. Voll den Eimer. Mal wieder. Genau, mal wieder voll. Boxen Stopp. Komm, wir gehen runter auf... Wir machen einen Sicherheitsstopp. Bei ihr würde ich sagen. Ich trau der Sache einfach nicht. Wir machen einen Sicherheitsstopp. Ja. Zack. Box, Box, Box. Und die Makarova kann hier fleißig Gas geben. Ja, die kann sogar noch mal ein bisschen Motor... Ne? Ein kleines bisschen Motor nutzen. Vier Sekunden Vorsprung auf Strambi. Enrica, Lara in die Box, bitte. Jetzt kein Blödsinn machen. Makarova fährt vorbei. Jawohl, schön. Super Stopp, jawohl. Läuft bei uns. Prügelattacke hier. Volle Lotte jetzt. Jetzt geht was, Mensch. Das sieht schön aus. So, und auch bei Makarova. Komm, wir prügeln mal jetzt. Box, Box. Wir brauchen noch für sechs Runden Sprit, denke ich. Das sollte reichen. So ist zu wenig. Genau so müsste es reichen. Sechs Runden Sprit. Teile, da muss ich nichts machen. Da bleibe ich auch hier bei dem ausgewogenen Risiko. So soll der Stopp halt sieben Sekunden dauern. Das ist mir auch egal. So, Box. Nein, deine Reifen sind super. Alles gut. Deine Reifen sind super. So. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir hier nicht übertreiben. Ab zum Boxen. Jawohl. Nein. Wagenheber vorne Mist gebaut. Aber gut. War nicht so schlimm. Weil nachgetankt. Alles gut. So, da. Der Adi Trotter hat Mist gebaut. Du Sack. Ich hab's gesehen. Du bist schuld. Du bist schuld. Mann, Mann, Mann. So, da geht euer Enrika Lara vorbei. Ne? Die kommt heute vor der Makarover ins Ziel. Ich sag's euch. Die kommt heute vor der Makarover ins Ziel. Die Lara, wenn die so weiter dübelt. Respekt. Respekt. Was eine souveräne Vorstellung hier. Müsste ich jetzt eigentlich fast Stallorder machen, gell? Wegen der WM und so. Aber nein. Nein, die Lara, die soll ruhig auch mal wieder ein Erfolgserlebnis haben. Die soll ruhig auch mal wieder ein Erfolgserlebnis haben. Ich gönne's ihr. Ne? Die muss auch mal wieder ein bisschen positiv gestimmt sein. So, äh, da sind wir jetzt auf 1 und 2. Genau, Boxenstopp bereinigt. Passt. Läuft bei uns. Sponsorenziel. Fünf Runden noch. Alles kein Problem. So, dann stellen wir hier gleich mal hier auf hoch. Genau. Also, dann sollte der Sprit auch reichen. Wir haben Vorsprung auf Platz 3 auf Strambi. Und zwar mehr als genug. Da könnte ich, würde ich sagen, ja komm hier. Reifen schonen. Ne? Chillen. Reifen schonen. Alles easy. Makarover hat 11 Sekunden Vorsprung. Hallo, warum soll ich hier unnötig Risiko gehen? Sehe ich ja gar nicht ein. Ganz entspannt. Ne? Da kann ich sogar hier den Motor schonen. Muss ich gar nichts machen. Ganz entspannt. Läuft bei uns. Da, schau mal hier. Motor bei 40%. Bei Olga Makarova. Und die Makarova kommt hin, sehe ich gerade. Ne? 1,7. Ja. Holt ein bisschen auf. Die Form ist 0,5 besser. 1,6. Gut, sie hat natürlich auch ein bisschen bessere Teile. Davon nicht vergessen. Libonen auf der 4. Ich warte nur auf die Stallorder von Steinmann. Aber wer mich heute richtig enttäuscht, ist Zoe Sharp. Panther generell nur Platz 11 und 12. Larsen auf der 15. Zoe Koffer auf der 5. Also die Großen, die schwächeln heute. Aber hallo. Und auch bei Kitano. Okay, die Wolf auf der 7. Aber Heather Broad nur auf 14. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Und unser Rodriguez. Wo ist er? Auf der 17. Ach Gott. Raphael, was machst du denn? Na, das ist eine Prozession, was wir hier erleben. Die Wolf ist von der Strecke abgekommen. Ach, aje. Na, dafür gibt es aber keinen goldenen Passatour. Aber echt. So was. Die Form steigt von unseren Mädels. Lara 6.0. Makarova 7.0. Eine Sekunde noch. Ne, ich greife hier nicht ein. Ich greife hier nicht ein. Das sollen die Mädels untereinander ausfahren. Ich mache hier nichts. Wenn es die Lara nach Hause bringt. Gut. Schön für sie. Ich meine, für die WM müsste ich jetzt natürlich sagen. Haha. Ne? Oh, schon mal Stallorder. Stallorder bei Steinmann. Die Schweine. Dann muss ich fast doch. Gell, wenn Steinmann Stallorder macht. Müsste ich fast. Eigentlich müsste ich es machen. Wenn wir deshalb nicht Weltmeister werden. Oh, verdammt. Gewissensentscheidung. Was mache ich? Was mache ich? Ne, ich mache nichts. Nein. Nein, ich mache nichts. Sorry, Olga. Musst du selber machen. Ne? Haha. Musst du selber machen. Aber ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Ja, wobei sie versucht. Sie hängt sich dran im Windschatten. Aber reicht es. Reicht es. Angriff Olga Makarova. Lara macht zu. Und es reicht trotzdem für Makarova. Zielfinish. Was ein Finish. Was ein Finish von Olga Makarova. Hat die nochmal einen rausgehauen. Vor Start und Ziel. Was für ein Manöver. Unglaublich. Aber Blitzsauber von Enrika Lara. Großer Auftritt. Chapeau. Da muss der Niki lauter seinen Hut ziehen. Also das war großes Finish. Bravo Mädels. Und Liponen. 11 Sekunden dahinter. Schau mal hier. 0,0. Also das war ein Fotofinish. Das war echt Fotofinish. Sehr schön. Doppelsieg für Archer. 1 und 2. Das gab es glaube ich hier auch noch nicht. 1 und 2 für Archer BMA. Was für ein Erfolg. Gerade auch für die Team-WM. Ja richtig dicke. Ganz großer Sport. Hut ab. Doch super. Super echt. Aber ich bin überrascht. Ich bin echt überrascht. Ich hätte gedacht Steinmann ist hier stärker. Aber gut. Man weiß nicht. Was war es jetzt im Endeffekt? War es vielleicht wirklich dieses Tuning? Oder ich habe keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall gut. Mir gefällt es. Unsere Mädels. Wir haben keinen Strategiefehler gemacht. Wir hatten einen kleinen Fehler beim Boxenstopp. Der hat sich aber nicht groß ausgewirkt. Von dem her. Dicke Punkte für uns. Und Zoe Sharp. Keinen einzigen Zähler geschrieben. Was natürlich super ist. Schau mal hier. Jawohl. Champagne. Leute. Champagne. Ah wunderbar. 1 und 2. Da freut er sich. Dicke Punkte. Jawohl. Liponen geht vorbei an Zoe Sharp. Zoe Sharp bereits 50. 20 Punkte. Rückstand in der WM. Enrique Lara macht den großen Sprung. Auf die 7. Und wir haben 38 Zähler Vorsprung. Auf Liponen. 38 Zähler. Uiuiui. Das ist ein Brett. Und wir übernehmen die Führung in der Teammeisterschaft. Unglaublich. Unglaublich. RGB im A auf Platz 1. Werde das gedacht? Matthias, der Wolf kannst du vergessen. Ja. So schaut es nämlich aus. Unglaublich. Ja. Die Gold Serie. Sie geht weiter. Von unserer Olga Makarova. Werde das gedacht? Ich bin völlig begeistert. Gefällt mir. Auch dieses Hintergrundbild haben sie verändert. Sehe ich gerade. Oder fällt mir gerade das wirklich auf? So. Die Fahrerform. 4,6. Na ja. Also für den zweiten Platz hätte ich jetzt gedacht. Da gibt es noch eine bessere Form. 6,5. Für Olga Makarova. Na ja. Schön. Freut mich. Ganz toll. Super. Konstanz hier. Schau mal 18. Also. Ne. Konstanz Level 17. Das sind doch gute Werte. Da muss doch hier was gehen mit der Form, Leute. Aber hallo. Super Geschichte. Sponsor ist auch zufrieden. Der bezahlt mal richtig Geld. 2 Millionen. 2,1 Millionen. Na ja. Plus. Also die 1,2 Millionen für unseren Rennsponsors. Da hat es mit eingerechnet. Da ist Shepard auf dem Konto. Sehr schön. So. Was passiert hier so? Wo ist Mustafa El Sadat? Hm. Wo ist er? El Sadat auf der 12. Garuda. Besser als Clark Smith. Na ja. Also El Sadat kämpft weiter hier auf Platz 17. Mit einem Punkt. Immerhin. Der gute alte Mustafa. So. Und was passiert da unten? Ach. Es ist mir eigentlich egal. Wir. Sobald wir. Wir werden Weltmeister, Leute. Was interessiert mich das? Was da unten passiert? Ist mir völlig egal. Unsere Boxenmannschaft hier. Tja. Nur auf Platz 5. Warum eigentlich? Wahrscheinlich, weil sie jetzt alle ausgelaugt sind. So ist es. So. Ja. An dieser Stelle ist Schluss für heute, liebe Freunde. So schnell geht es. Tolles Rennen hinter uns gebracht. Beim nächsten Mal geht es nach Belgien. Die Adennen Achterbahn erwartet uns. Und vielleicht können wir ja an die Erfolgsserie anknüpfen. Der vierte Sieg für uns in Folge. Olga Makarova. Großes Theater hier bei uns. Das fand ich stark. Fand ich stark. Also so langsam nimmt der Kampf um die Weltmeisterschaft Formen an. Ich habe den Sieg in Portugal und auch in Deutschland. Das waren für mich so, ja schön. Aber naja. Irgendwie. Dann kam Südafrika. Da haben wir natürlich auch mit Glück gewonnen. Muss man dazu sagen. Dann haben wir England. Haben wir das Heimspiel gewonnen. Jetzt Italien. Eigentlich in meinen Augen völlig fair gewonnen. Da haben wir jetzt eigentlich nicht irgendwie großartig von der Dummheit der KI profitiert. Sondern das war denke ich blitzsauber nach Hause gefahren. Also es ist hier wirklich möglich das Ding zu gewinnen Leute. Wir können das Ding rocken. Ja. Und ich bin mir sicher ihr bleibt auf jeden Fall dabei. Bis zum Schluss. Ja. Und dann sage ich nochmal danke und wünsche euch bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit. Macht es gut. Und Servus. Und dann sage ich mal das.